Du kennst doch den Fackeltrick, oder? Um den Sand abzubauen. Ja, das ist einer der ältesten Minecraft-Cheating-Tricks. Ja, mach's doch. Ich will keinen Sand abbauen. Ich kenn's doch nicht, 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 nicht. Gibt's auch einen Fackeltrick, um Glas zu setzen, in der, äh, genau so wie der MS-74 das haben will? Nein, den gibt's nicht. Doch, rennst mit einer Fackel hinter mir hinterher. Du sagst, mach das jetzt! Und ich weine dann. Und sag, nein! Alter! Hm? So, dann warte ich jetzt mal. Ich mach dir Licht? Machst du nicht? Doch. Wie willst du Licht machen? Ich glaub dir hinterher. Ja, da machst du mir aber kein Licht mit. Weil ich seh nix. Jetzt hab ich wieder Licht. Ja. Ja, ich hab mich eingeigelt, damit du das freiräumst. Ich soll Umrisse machen, das mach ich. Sehr nix. Ja, mach dir doch Licht ab. Hahaha. Töp, töp. Was? Nichts. Alles gut. Du wolltest doch nicht niesen? Ich habe. Das klingt ja schrecklich. Ich hab's eingehalten. Okay. Wahrheit. Uh. Cool. Okay. Ich halte es für sinnvoller, dass wir erstmal den Sand hier wegmachen. Dass wir da uns da ein Loch hinfriemeln. Was meinst du, was die ganze Zeit machen? Ja, du hast gesagt, ich soll nach unten bauen. Das ist Blödsinn, da nach unten zu bauen, wenn du den Überblick verlierst. Lass uns doch erstmal den Sand hier, den wir hochgeschüttet haben, komplett abbauen. Das ist ein Problem für den Pro. Ins Barrel packen. Weißt du? Dann siehst du nämlich auch die Wände und kannst die Höhen besser einschätzen. Ich bin übrigens ein Oberpro. Mhm. Siehs. Ich habe nicht vom Chefpro gesprochen. Das bist ja du. Vor allem fällst du so lustig. Indem du da so runterfällst. Nein, das war volle Absicht, damit ich hier alles abbauen kann und so. Ja. Was sagt eigentlich der Batteriestand? Voll. Ja, ja. Voll. Das glaube ich dir irgendwie nicht, mein Mensch. Ja, ich weiß. Du auch. Wir nehmen uns da beide nix. Ja, das ist ein bisschen zu viel Gehöpel hier. Deswegen werden wir das jetzt mal abbauen, das Ganze. So. Humor. Ja, das finde ich toll. Was? Oh, kein Vogel. Äh. Warum? Darum. Kannst du das nicht machen. Das kannst du doch nicht machen. Hör auf. Ich habe ja schon eine Menge böse Sachen erlebt, aber das kannst du doch jetzt echt nicht machen. Also das kannst du doch nicht machen. Also. Unfassbar. Un-fucking-fassbar. Kennst du Un-fucking-fassbar? Sollte ich? Nein. Okay. Ray Garvey hat das mal gesagt. Aber den kennst du nicht. Weil Ray Garvey macht keine... Musik. Dann... Alter, da müsste ich eigentlich jedes Mal so ein Feuerchen drüber malen oder so. Oder einen anderen netten Effekt aufs Video schmeißen. Musik. Jedes Mal, wenn ich... Warte mal. Wie, warte mal? Warte doch mal. Lass mich jetzt da hoch. Geh doch. Das klang jetzt gerade wie der Symbiose-Ton aus dem alten Dungeon-Keeper-Gang. Ja, das sieht doch alles recht uninteressant aus. Was ist denn los? Was ist denn? Gib mal Glas. Gib mal Gas? Ja. Ein Stack. Ach, ich soll Gas geben? Ja, gib mal ein Stack. Ein Stack Gas. Ja, ein Stack. Ein Stack. We're stacking the Stack-Wack. Willst du mal ein Wack-Stacken? Ja. Ich meine den Stack, ne? Nichts anderes. Ja, ja. Schon klar. Pro. Ja, ja. Nur kein Neid, mein Freund. Nur kein Neid. So, ich jumpe mal hier hoch. Wolfi! Juhu, Wolfi! Kommst du und willst mich beißen oder bist du friedlich? Nein, du willst mich beißen. Na, dann komm her. Dann kriegst du jetzt auf die Ohren. Wütze, es hat zwischenzeitlich geregnet. Nichts mitbekommen. Ich auch nicht. Das ist auch gut so. War er denn so schlau und hat hier wenigstens Schaufeln da gelassen? Ja, hat er. Bist du ja ein ganz schlauer, ne? Ja. Okay. So. Hopp. Dü, 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 dü. Nein, ich soll nicht singen. Dann lass es doch. Ja, aber es klingt doch so schön, weißt du? Ja, es klingt so schön schief. Ja, eben, engelsgleich und so. Engelsgleich. Ja, Mann. Meine bessere Hälfte kann das bestätigen. Ja. Ich singe schön. Glas. Ich singe schön. Glas. Alter. Hol dir dein Glas selber. Ich, äh, der Glasmann oder was? Du bist der Glaser. Ich bin der Glaser. Der Glaser. Na, besser als wenn ich der, äh, ne, komm, ist okay. Stell dir mal vor, ich wäre Metzger. Oha. Dann hätten wir wieder das Thema. Jetzt bin ich gespannt, ob du von selber drauf kommst. Hm, Metzger. Nee. Fake weiblich. Ja. Ja. Eurovision Song Contest. Ja. Metzger. Wurst. Ah. Äh, 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 doofer Übergang. Genau. Ich mach das, es ist aufhört. Ich kann es mal wieder aufhören, den ganzen Sand abzubauen. Ich mach gerade die Decke. Oh. Na dann natürlich nicht. Ja doch, das macht Sinn, den Sand, äh, dran zu lassen. Da, zack, gefehlt. Nee. So. Ach. Nee, hör mehr auf. So, passt. Wir haben gefehlt. Du. Ja, natürlich. Wer sonst? Ja, vor allem, weil du so eine wunderbare Deckenhöhe gemacht hast, obwohl da hinten viel zu hoch. Das weißt du, aber na gut. Wo ist zu hoch? Das verrate ich dir nicht mehr. Das siehst du gleich selber. Das ist gar nicht zu hoch. Okay. Wenn du das sagst, dann glaube ich dir das. Da kommt das Wasser oben. Das Wasser fließt oben drauf. Passt doch. Was willst du denn? Ja, ist okay. Ja. Ist ein Obdruck. Was ist hier mit? So, hier ist Ende. Entschuldigung. Richtig. So, Decke. Decke. Hier müssen wir allerdings noch abbauen, weil da muss noch Glas hin. Gut. Decke zu? Ich glaube schon. Ich korrigiere mich. Ist die Decke denn zu? Ich weiß nicht, wenn du mich zugedeckt hast. Was macht denn dieser Kackstift hier? Keine Ahnung. Warum steht der da so alleine? Das ist eigentlich kein Kackstift. Eigentlich ist es ein Kupferbeut. Hast du noch Zäune? Ich habe gerade keinen dabei. Nein, habe ich nicht mehr dabei. Nein, habe ich gar nicht mehr dabei. Alter. Ja, bitte. I'm gonna kill you right now. So, mein lieber MS74. Fünf Minuten haben wir noch. Vier Minuten. Wollen wir dann an dieser Stelle mal unterbrechen und eine Aufnahmepause machen, oder willst du durchziehen? Wir können durchziehen. Ich kann hier nicht durchziehen. Weil wir sind ja irgendwann auch mal begrenzt in der Aufnahmezeit. Beziehungsweise in der Plattenkapazität. Hm, dein Problem. Möchtest du durchziehen? Eigentlich ja. Sind wir noch so gut dabei. Wie weit willst du denn durchziehen? Meinst du zumindest bis unten hin, oder was? Zumindest, dass der Boden anständig aussieht. Dass er anständig aussieht. Jetzt habe ich da keine Schaufeln. Ja. Woran liegt das? An dir. An dir. Du hast mir keine mitgebracht. Stimmt. Du hast mir auch keine mitgebracht, als ich gerne haben wollte. Das hat dich einfach nicht interessiert. Das zeigt mir, dass du ein böser Mensch bist. Ja. Ein so böser Mensch. Abgrundtief böse. Also wie ich. Ja. Du sowieso. Ja. Ich bin ein böser Mensch. Ja, eine schöne lange Aufnahme läuft ja mittlerweile. Ich muss ja mal versuchen, irgendwie so ein bisschen zu moderieren, weil der MS-70 spricht ja wirklich so gut wie gar nicht. Und wenn, dann disst er mich. Weißt du? Der sagt ja auch nichts. Der hat selber kein eigenes Gesprächsthema und nichts. Also der ist total unkreativ. Stimmt. Alles, was er rauskriegt, ist eh. Er hat total hohe kognitive Fähigkeiten. Ja, ganz toll. Da macht man sich Gedanken, weißt du? Wie man das am besten hier hinkriegt und so. Und er. Ach ja. Ja, nix. Ach ja. So. Die Ecke hinten ab und zu gemacht. Hast du nicht wohl. Hier, die Ecke. Ich sehe keine Ecke. Ja, ja. Ich sehe dich. Ja, das ist doch in Ordnung. Ab sofort kannst du nur noch eine. Durchs Haus. Ah ja. La, 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 la. So, das sieht doch schon gut aus hier. Schmeckt gar nicht mal so gut. Da hatten wir damals so eine Ausbildungsstätte. Aha. Da gab es eine Köchin. Die habe ich gleich zu Beginn als neues Gesicht dort, habe ich die erst mal geschockt. Wie? Ja, die hat das eigentlich richtig gut gemacht. Da war auch noch ein bisschen Herz und Leib und Seele dabei und so. Die hat das wirklich nicht schlecht gemacht. Ja, habe ich das erste Mal, habe ich dort in diesem, in dieser Cafeteria oder wie auch immer das hieß, habe ich gegessen? Mhm. Ja, und dann kam sie irgendwann und wie hat es geschmeckt? Also, ich dachte, sie hätte gute Küche und so. Wie hat es geschmeckt? Ich habe geantwortet mit közlich, ausgebrochen gut. Ich weiß nicht, ob sie das so lustig fanden. Ja. Muss ich vorstellen. Ich habe keine Schaufeln mehr und du hast mir natürlich keine mitgebracht. Ich habe auch keine Schaufeln mehr. Es ist im Übrigen dunkel. Schön. Schön.